Der Feind springt über dem Gebiet. Gut, das war genug vorgeplänkelt. Jetzt wird das ernst. Das ist ein Schuss von nebenbei. Kinder waren wir jetzt eigentlich. Oh, es gibt aber 30, 31. Wenn wir jetzt nicht sicher sind. Das weiß ich jetzt. Wisst ihr noch, Jungs, wie viel da wir waren? Battle Royale. Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Markiere Plünderungsauftrag. Okay. Nichts? Ah, 16. Da kloppt. Blo. Das war ja schon eher ein kleiner Teil. Das war ja nur mit dem Wiese. Das kleine Kastrofo. Ja, stimmt. Da weiß ich, ich weiß schon. Das ist toll. Das war ja noch ein kleiner Teil. Das wäre noch ein kleiner Teil. Das war ja auch ein kleiner Teil. Das ist so, was wir hier haben. Wir sind jetzt noch ein kleiner Teil. Ich bin jetzt auch noch ein kleiner Teil. Ich habe ja auch noch ein kleiner Teil. Gut, das war schon damals alt quasi. Ja, aber ob sie unten ist, keine Ahnung. Aber wir sind ja anziehen. Aber gut. Aber es liegt fast bei der Zone. Das heißt aber nicht, dass man die Zone aufs andere Ende wachsen kann. Ich meine, das liegt so ziemlich fast alles in der Zone. Ja, das stimmt. Es war gut, wir haben mal einen Heli. Okay Leute, legen wir uns ins Zeug. Ich werde natürlich voll hoch hohen und dann in die Mitte ins Kreis gehen. Ja. Mal auf Camping Wind spülen. Ja. Kannst du die Lupe angenommen haben? Noch nicht. Ich dachte, dass wir jetzt jetzt looten. Ja, aber mit der Lupe müssen wir auch looten. Also ich dachte wegen der Zeit, aber okay, dann gehe ich runter. Ja eben, weil wenn wir dann die Lupe annehmen und die Lupe ist dann im Prison, dann kann wir die Lupe annehmen. Ah, okay, so meinst du das, ja, ist klar. Na gut, ich gehe runter. Markiere Plünderungsauftrag. Oh, der war nicht ganz unten. Ach, das ist die Leiter. Vorratskiste identifiziert, Position wird markiert. Das Gas kommt. Das Gas kommt. So, ich gehe mal rüber zur anderen Lupe. Panzerung hier. Oder bist du voll? Hast du schon eine Panzertasche? Ja. Okay, na. Ich habe keine, aber ich bin voll. Nächstes Ziel entdeckt! Okay, die ist in der Nähe von dir. Ich bin ganz unten. Die ist auch unten. Bei mir ist sie auch unten. So. Okay, das ist eine Ebene unter uns noch. Also unter mir. Ja, schon fast ganz unten. Ich bin schon fast durch. Ich hoffe, man kann unten noch rausgehen. Ich habe sie. Nächstes Ziel entdeckt! Krass, das ist der noch unvereindete Gulag. Krass. Krass. So viel Wasser noch. Bei guten alten Zeiten. Krass. Na gut, passt. Panzerung hier. Ja, mal schon mal. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Das ist ein Wahnsinn, wie viel Geld wir da jetzt haben. Ja, aber da kann ich schon bin dann erst mal aufquellen. Das ist auch schon. Ich habe jetzt noch schnell geschaut, aber... Soll ich lieber Panzerungskiste mitnehmen oder Totenstille? Ich würde eher Totenstille mitnehmen. Okay. Zone kommt. Du hörst mir echt nicht zu. Ich habe gesagt, ich gehe schon mal in die Zone, weil ich eh ganz unten bin. Okay, Plan war zuerst, dass ich mit dem Heli wegfliegen eigentlich. Ja, aber ich war ganz unten. Bis ich oben bin, bin ich längst tot. Darum habe ich gesagt, ich gehe aber unten in die Zone. Okay. Du kannst ja mit dem Heli noch fliegen. Nein, Zone ist... Ich habe extra gecallert, dass ich in die Zone gehe. Nein, ich bin so lost. Oh, ich komme da raus, Gott sei Dank. Ohne Heli jetzt. Okay. Okay, ich gehe schon mal Richtung für den Shop. Aber ich glaube, da ist mal wieder bei den Porn oder so. Ich meine... Ja, die kämpfen genau beim Shop. Ziel markiert. Das war mir jetzt zu gefährlich, dass ich ihn Heli noch hol. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Verwendete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Also ich nehme an, dass die einen Loot haben. Er geht zum Shop. Da kommt einer. Ich ziehe gleich davor. Der andere ist beim Shop. Der kämpft... Der... Sucht jemanden. Jetzt ist er da drüben. Bestätige Markierung. Oh, er hat mich gesehen. Zählen ist halt nicht gut. Feind! Er hat mich gesehen. Soll ich... Ich kann nur auf ihn schießen jetzt. Ja, dann musst du. Ich würde unter A fahren. Ja. Das war jetzt wieder mies. Feindliche Drohne über uns! Das aber gescheit ist, wenn ich das Geld verliere. Ja, was machen wir mit Geld, wenn wir es nicht ausgeben können? Was ist, wenn wir das Squad nehmen und irgendwo rein fahren? Was bei dir ist? Na gut, würde ich gar nicht nehmen. Dann bist du gleich tot. Oh, Auto. Das Gas kommt! Mit Krone. Kommt in deine Richtung. Sind ausgestiegen. Ja. Das meistgesuchte Ziel wurde eliminiert. Gut gemacht! War das nur einer? Ja, sonst würde ich ihn nicht als Maß gesucht haben. Nein, stimmt. Blödsinn. Der will jetzt sein Maid holen. Ja. Ist der LKW, raucht der? Mache ich mir eine Granate draufrufen. Der raucht. Ja, wutsch. Ich übernehme das Steuer. Feindliche Drohne über uns! Machier-Megos. Feindliche Drohne über uns! Fahrzeug markiert! Alter! Fail! Wir könnten da herfahren, sei es auf der Reine Station in der Nähe. Das ist zwar Downtown, aber... Nein, man möchte da nicht. Aber wir sind wieder auf dem Filter. Jetzt wollen wir wieder ins Landbau oder so, oder? Ne, das wollen wir wieder nicht, was wir in der Nähe müssen. Nimm das hier! Nimm das hier! Heli-Megos. Steig du ab? Koffel oder okay? Ja. Ja, steig du ab, Koffel oder? Steig dich da. Oh, ich bin schon. Ja, jetzt. Das ist um 5 km weit weg. Das hat irgendwie leider nicht geklappt zuerst gleich. Und dann kommt sie mir zum Haus. Und wirfst da her. Oder dann bleibt sie bei dir. Bleibt einfach zuhören. Und dann haben wir gleich geschaut neben mein Haus. Hört man dann Verteidiger. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung! Du erhältst eine Ausrüstungslieferung! Okay, dann sind wir weiter gekommen. Die Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Kommt doch schon einer. Okay, ich habe jetzt noch keinen Lauter. Von wo kommt der? Ah, dort hast du markiert. Von vorne. Aber es sind 600 Meter. Oder ist das der falsche? Feindliche Drohne über uns! Kommt doch einer. Aber ich muss... Da kommt irgendwas von links. Haben gerade gegeneinander gekämpft. Schau mal meine Geschminder, oder? Ob ich mal einen zweiten holen kann, weiß ich nicht. Ich bin... Nein. Okay. Von... Dort hinten. Unterwegs! Hol den zweiten schnell! Oh, jetzt häng ich. Kauf deine Drohne, natürlich bitte. Wir wissen, dass wir das kennen. Und dann reinkauf keine Drohne, das wird schon der Gewissan. War ja nur ein Radar. Also... Hast du? Ja, habe ich. Wir können weiter. Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Oh, soll ich vielleicht Drohne kaufen für später? Nein, ich will selbst wieder Bedingungen kaufen. Okay. Okay. Rechts von mir, 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 rechts von mir! Der wird mich pushen! Oh, verdammt. Okay, ich will mich selber wieder Bedingungen. Mhm. Ich habe jetzt gar nicht... Ist er weg? Das braucht schon mehr, um mich zu töten. Ich habe jetzt keine Panzerplatten gesetzt. Komm schon! Jetzt setzen wir weg. Und rechts von mir, rechts von mir, rechts auch noch welche. Die haben mich trotzdem nicht gesehen. Siehst du, dass wir die Videoberegelung erstellt haben? Ja, stimmt. Du hast dann hier den Schläger gelegen müssen. Hab eine Feldaufrüstung! Nein, ich habe mir jetzt noch. Okay. Da unten rennt er. Du verlierst am Boden! Achtung! Der Feind war schon hier! Vorrücken zu meinem Wegpunkt! Ei! Okay. Es snapt auf mich, glaube ich. Oder snapt nicht auf mich. Ich habe die Snapping gegeneinander. Ich laufe trotzdem schnell rüber. Du bekommst eine gute Buse hinter den LKW. Soll ich auch zu dir hinter den LKW? Weil da sind wir zu knapp dran. Du bekommst hinter die... Nein. Ja, aber komm hinter den LKW. Das bringt hier nichts. Hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Hier müssen wir. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, wir könnten da rauf schauen, dass wir gehen. Vorrücken zu meinem Wegpunkt. Was auch noch in der Zone. Mhm. Okay, ich komm jetzt nach. Was ist denn? Aus dem? Setze einen Sammelpunkt. Hat er dich gesehen, gell? Aber es ist auf dich. Ich glaube nicht. Wenn, dann war das sehr schlecht verzogen. Aber es ist auf dich. Weil er schaut bei einem Fenster aus. Er ist da oben bei dem Fenster. Setze einen Sammelpunkt. Auf den schießt er dann. Auf den schießt er dann? Werfe Granate. Geh aufs Dach. Soll ich pushen? Soll ich auch mit? Oder soll ich da bleiben? Ja, geh mit. Achso. Der Feind nähert sich. Danke. Da kann ich. Züg dich gleich. Leg dich hin. Aber nicht zu dir. Die Füße kommen. Irgendwovon da. Setze einen Sammelpunkt. Von unter uns ist einer, gell? Ja. Da kann aber nur so rauf. Glaub ich. Da kann nur da rauf, ne? Was hast du? Herzschlag-Sensor, oder? Von? Entweder vom Turm, oder? Der schießt durch die Decke durch. Der schießt durch die Decke durch. Alter, du sagst vom Turm. Alter, ich dachte, dass das von oben war. Aber wie kann der durch die Decke durchschießen? Ja, sicher. Frau und Kugeln gehen immer durch. Da ist ein Herzschlag-Sensor. Nehm jemand diese Taktik-Granate. Das Gas verbreitet sie. Schnell in die neue Sicherheitszone. Nein. Start wieder. Ich spring runter. Ich spring auch runter zu mir. Wir versuchen dieses Haus anzupacken. Markiere Wegpunkt vor. Ich setze bei Panzerplatten. Ja, ja. Ich frag dich vor wo die Schüsse kommen. Vom Turm. Ich schau auf den Turm. Ich seh nichts. Ich schau auf dich. Ich weiß mehr, wo die Schüsse kommen. Unter dir. Ich dachte echt, dass die vom Turm kommen. Ja, aber du siehst ja vor wo der rote Balken ist. Wenn der rote Balken unter dir ist, ist er unter dir? Hat meiner Meinung nach nach oben gezeigt gleich. Darum war ich mir nicht sicher. Darum dachte ich oben. Du sagst doch mal wieder. Hier sind wir schon einen Stück Fahrter. Du verlierst deinen Boden! Das ist ne Scheiß-Tor wieder. Oh, gut. Hast du ne Gasmaßgang? Nein. Okay. Warte, wieso komm ich da nicht drauf? Du bist auch ganz falsch. Du bist auf der Seite. Truppenkontakt! Auf der Mitte geschossen. Rechts wird auf uns geschossen, also hinter uns mehr oder weniger. Wir müssen uns auf beide Seiten achten. Warte, ich komm da nicht ganz drauf. Oder da? Was machst du? Da kannst du mal den Weg rauf. Da ist ein Weg, den geht man rauf. Und da? Okay, ich dachte es gibt eine Abkürzung. Hinter uns müssen wir auch aufpassen, da müssen wir auch geschossen werden. Was? Truppenkontakt! Wenn du mal angehittet, dass du weißt, er muss laufen. Jetzt haben wir beide auf mich geschossen. Das ist zum Beispiel unnötig. Okay. Weil sie das Munitionsverbrauch haben? Die schießen auf mich. Das ist mir gesammelt worden. Hör auf! Lässt du einmal und geh nicht los! Bringt das schnell zu Ende! Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Ja. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung! Ja, scheiße! Jetzt kommen wir wieder näher zu dem Gebilde. Ich gehe in die Richtung. Na gut, da ist jetzt eh gleich keiner mehr oben. Stimmt. Ich fahre mich alleine zwischen Dings. Und pass hinten mal auf. Wir rennen dann da her zu dem. Sie sind markiert! Ah, okay, zu diesem. Verlier es deinen Boden! Ja, da hinten kommen zwei. Truppenkontakt! Einer knockt! Einer schiebt hinter dem Baum, wo er okay ist. Und? Brechen wir auf zur Sicherheitszone, Leute! Stark! Da muss ich zeigen! Er hat das Zonenglück! Ich lad nach! Haben wir ihn wieder angeehtet! Er ist weg! Du rennst vor, weil du hast keine Gasmaske! Ja! Job gibt es ja da keinen mehr, glaube ich! Du musst die linke Seite im AGB halten! Ja! Ja! Okay, ich geh jetzt! Ja! Da hat es, glaube ich, früher einen gegeben, gell? Ab und zu, ja! Ab und zu, ja! Da war schon wer! Warte, kommt mir mal! Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Ja! Und check mal, dass da keiner drin sitzt! Wann ist das Ding? Oh! So, die Tunes! Immer check mal, dass er drin sitzt! Passt! Also, hier ist safe! Hier dürfte es auch, außer es unten! Dann können wir auch runtergehen! Ja! Da runter! Ah, da ist jetzt der neue Buggang schon dann. Ah, okay. So, jetzt wird's schon etwas schwieriger. Geh links dann den Berg hoch, okay? Dort bei den Bäumen... Das Gas nähert sich dir! Ja. Neue Position. Aber erst wenn die Zone kommt, oder? Oder jetzt schon? Die kommt schon. Noch 10, fast geschafft! Ich bleib unter dir, okay? Ja. Da hinter der Hütte war wir hier. Markiere Wegpunktkoordinaten. Okay. Ich geh mal zum LKW dort vor. Ja, das ist ein LKW. Das Gas breit mache ich aus! Neue Recherheitszone gefunden! Der ist tot. Sechs Leute mit drei Teams sind eigentlich wir inkludiert. Ja. Der LKW ist doch auch offen. Die schießen von rechts auf irgendwas. Komm mit! Ich bin getroffen! Getroffen! Noch vier Ziele übrig! Gut gemacht! Verliert das Boden! Genau gerade erfolgt. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Da zick. Da zick. Sie müssen kommen. Okay. Ich habe mich am Bach. Ja, mal nach links. So, dass du sie siehst. Nicht aus den Augen verlieren. Du meinst dort wo? Unterwegs! Genau auf dem Weg müssen sie kommen. Vorrücken zu meinem Wegpunkt. Also doch auf dem Weg, okay. Ich liege halt da offen. Ich habe mich zu... Ja, eben. Wenn ich einen blind kanatisch werfe und sage jetzt, dann... Links von links. Wir müssen hier was einstecken. Ah, wir sind links. Soll ich dich heinkommen? Da ist einer. Da ist einer. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Nur noch du bist von deinem Team übrig. Bring es zur Ende. Nein, das habe ich jetzt... Ich werde nicht schießen. Na, du musst schießen. Was willst du gegen die zwei machen? Aber das Problem war, dass wir sie aus den Augen verloren haben. Du hast dich hingelegt. Ja. Es war einer knocked. Weißt du, wenn du schon nach vorne läufst, kann man sich nicht wieder bewegen. Oder dann laufen wir beide. Ja. Okay. Ja. Du bist gegen zwei Leute. Du musst puffeln. Du hast gar keine Wahlen mehr. Ja. Ich hab den zu spät gesehen. Ich hätte aber hinten bleiben sollen lassen. Aber ich dachte, ich gehe nach vorne, lock den anderen, dass wir dann nochmal... Ja. Ich freue mich ganz an.